Bei Inas Nacht begrüßte Ina Müller gestern Abend zunächst die Tänzerin und Tanzjurorin Mozi Mabuse. Danach kam Moderator und Entertainer Klaas Häufer Umlauf dazu, bevor Ina Müller auf Mozi Mabuses TV-Karriere in Großbritannien zu sprechen kam, die sie in den letzten Jahren parallel zu Let's Dance in Deutschland erlebt hat, und welche besondere Rolle sie bei der Krönung von König Charles gespielt hat. Erzählte sie von Mozi Mabuses Weg zur Let's Dance-Tänzerin. Du bist ja nach den ganzen Tanzwettbewerben bei Let's Dance gelandet, aber am Anfang gar nicht als Jurorin, sondern als eine der Tänzerinnen. Die haben dir ja immer die alten, weißen Säcke zugeschanzt. Sorry aber da war doch nie ein gutaussehender Halbpromi dabei. Fiel der Gastgeberin dabei auf. Es war schön mit euch, aber ich höre auf. Mozi Mabuse stimmte schmunzelnd zu und erzählte über ihre Zeit als Let's Dance-Tänzerin. Nach dem zweiten Mal bin ich hingegangen und habe gesagt, es war schön mit euch, aber ich höre auf. Und die haben dich wirklich gehen lassen? Wunderte sich Ina Müller. Nee. Die haben mich gefragt, ob ich in die Jury will, antwortete die Tänzerin direkt und betonte, das war Zufall. Alles Zufall. Auf alle Fälle war ich da. So schaffte es Mozi Mabuse also in die Jury von Let's Dance. Daran wird sich auch vorerst nichts ändern. Mozi Mabuse bleibt der deutschen Version von Strictly Come Dancing als Jurorin erhalten.